Ruedi, könntest du mal mit dem Seppli reden? Was ist mit ihm los? Naja, er wirkt etwas anders in letzter Zeit. Zapfen! Zapfen! Er macht seine Aufzüge nicht mehr, er sieht seine Freunde nicht mehr, ich verstehe es einfach nicht. Zapfen! Zapfen! Oje, sieht aus als würde er Brüste beäugen beginnen. Ach schön, unser kleine Seppli wird langsam zum Mann. Zapfen! 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 Hallo, mein Sohn. Zapfen! 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 Ja, Zapfen. Reden wir doch kurz, Sepp. Sepp, wenn du älter wirst, werden die Brüste, äh Zapfen, eine grosse Rolle in deinem Leben einnehmen. Zapfen! Aber Seppli, du kannst sie nicht zwischen dir und deinen Freunden kommen lassen. Es gibt viele Brüste auf dieser Welt, aber sie sind eben nur Brüste, deine Freunde sind für immer. Freunde! Zapfen! Ich weiss, dass du denkst, dass deine Brüste jetzt wichtig sind, aber das Paar wird mal durch ein anderes Paar Brüste ersetzt. Die Brüste kommen und gehen und irgendwann wirst du auf ein paar Brüste schossen, wo du heiraten willst. Und das Paar Brüste wird das wichtigste von allen. Ich liebe dich, Ruedi. Wenn du das begreifst, Seppli, wirst du sehen, dass die Brüste eigentlich gar keine Macht haben. Ich liebe dich, Ruedi. Ich liebe dich, Ruedi. Ich liebe dich, Ruedi. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Ruedi.